So meine Freunde und damit herzlich willkommen zum Fortnite-Shop heute ein bisschen später weil wir jetzt am Abend noch kurz streamt haben Kopfhörer ist kalt Ok, schauen wir mal, Item Shop Ok, oberpeinlich An sich lustig, aber den Sound nicht so gut ועge ix 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 gar nicht geht aber man kriegt genug schwerter so ich habe einen anderen rutschenswert, oh ne, heute leider, gar nix Schade. Schade. Na gut, kurz das Video leider nichts mehr. Ihr Lieben, vielen Dank für den Support. Euch einen guten schönen Tag. Ciao, ciao.